Willkommen beim Bleach Rocket League Turnier. Mit dabei wieder Sebi Crew. Hallo. Hallo. Ja, spannend geht es in die Endrunde. Es steht 1-1. Beide Runden haben wir glaube ich jeweils immer mit zwei Punkten im Vorsprung gewonnen. So ziemlich. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir eingespielt und jetzt geht es in ein spannendes Finale über. Jetzt habe ich Angst ein bisschen. Urban Center ist das jetzt übrigens. Ja, sieht gut aus die Map. Gefällt mir sehr gut. Komplett dran vorbei. Also die Map gefällt mir richtig gut. So ein Urban Gangster. Yes. Bam. 9 Sekunden. Warte, machst du die Uhr im Hintergrund? Ja, ich mag den Style. Die dreht sich voll schnell, wenn du ein Tor machst. Oder dauerhaft. Ach stimmt. Ne, die hält an. Ja. Das war gut. Ah, das aber weniger. So eine Wette ist scheiße. Ich weiß echt noch nicht, was ich mit denen machen würde. Du warst so schlau, dass du wenigstens... Ah, verdammt. Nein, vorbei. Aber wenigstens hier richtig. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Yes. Nice. Oh, die Geräusche sind auch anders auf der Map, ne? Hm. Nice. Schönes Ding. Oh, das ist wieder dein Ball. Ne. Der falsche Winkel. Sag ich doch. Wäre aber gut. Oh, wie du mich einfach mal komplett weggebombst hast. Ja, ich glaub... Okay. Du kannst mich also vernichten und dann komm ich irgendwann auf einer anderen Seite des Spielfelds wieder raus. Okay, gut zu wissen. Darf ich aber auch irgendwie meinen kompletten Boost anscheinend verbrauchen? Tippel, tippel, tippel. Okay. Jetzt komm, jetzt mach mal ein Tor, bitte. Guck mal, was ich mach ab hier. Ja, ich hab das gesehen, du stehst an der Wand. Der war aber auch echt reingedrückt, ne? Ich bin da einfach nur an der Seite dann langgefahren. Also, ich find, das wollte ich eigentlich eh mein Auto eigentlich, wollte ich nochmal ändern. Du drückst nämlich echt immer irgendwie weg. Ja, aber dafür müsste ich dich ja auch treffen, ne? Komm her. Nein! Nein! Was war denn das? Ich bin direkt drauf zu. Komm, komm, komm! Nein! Ah, darf nicht wahr sein. Oh Gott, an der Wand langfahren ist ja richtig ätzend. Aber du kannst damit schön ne Kurve drehen und kannst dann wieder auf den Ball zuhalten. Jaja, aber du hast ja das Tutorial auch gemacht, ja? Jaja, klar. Benutzt du diesen Drift-Mode? Äh, seltenst leider. Zu selten. Weil ich find den teilweise zu kompliziert, weil der zu schnell abdreht an manchen Stellen. Ja, und zu ungenau halt auch. Ja. Komm! Nein! Komm, schön in die Mitte, schön in die Mitte. Nein! Gehst du weg! Fui! Danke! Scheiße! Alter! Mach mal... Mach mal bitte einen Stoß hier. Kannst mich doch nicht hier 4 zu 0 führen lassen. Wird eigentlich nur wegblocken. Liegt der damals auf der Karte das? Ja! Da hab ich mir fast gedacht. Ich glaub, stehende Ziele sind tatsächlich anfälliger für sowas, ne? Ich hab keinen Boost, ich hab keinen Boost, ich hab keinen Boost. jetzt nicht in die richtung das ist die falsche dollar geht's mittelfeld pass die ganzen punkte die man hier kriegt okay man kriegt den vollen boost für die großen leuchtenden teile und mit blauen punkte also bei mir orange natürlich glaubt bei mir auch das war's so danke ja aber in drei einer minute noch drei punkte ist es machbar wir haben vier punkte in einer minute gemacht insgesamt ist alles drin ich brauch mein winkel das war voll verkackt ein bisschen das war aber von mir auch glück dadurch dass du nicht reinkommen genau du bist nicht angekommen und dadurch war es einfach nur freie bahn was ich bin in deinem tor was mache ich denn schwein gehabt bei mir ist irgendwas links aufgeblockt ich habe gar nicht gesehen was es war irgendeine controller settings ja bitte stell den controller neu ein es geht gar nicht was du machst ja das ist der winkel den ich nicht mag kein boost kein boost kein boost vielleicht hätten wir tatsache die autos nochmal wechseln sollen zwischendurch einfach zum spaß oh danke die richtige richtung nein oh das war ein fail ja aber setzt jetzt auch nichts mehr in 13 sekunden vor nein 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 ja nein wuhu 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 gratulation ah wie geil ist das denn bitte gewesen oh mein gott also ich habe unheimlich viel spaß an dem spiel ich hätte es nicht gedacht ehrlich gesagt ja und ähm bei dir geht es ja gerade voll ab ja hier sind straßenmusiker glaube ich so ich werde am ende hier die aufnahme hörmer ja ja und ja ich das ist ja ja